Willkommen zurück zu Lego Harry Potter. Wir haben uns das letzte Mal den Expecto Patronum geholt. Und ja, gucken mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Huch. Okay. Wow. Okay. Ach, der Heinen. Okay. Wohin jetzt? Da oben. Okay. Da lang? Jawohl. Warten wir jetzt hier wieder mitten durch. Ja. Ich bin schneller. Ah, ich habe schon wieder... Ey, jetzt geh doch einfach... Geh doch einfach rein. Daneben nicht. Es ist dunkel. Nichts gut. Da unten. Hagrid! Ich komme! Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh! 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 Uh! Oh! Oh! Und Kretze mit rein, super. Und wir bleiben jetzt wieder zurück. Okay. Hermine, gib deinen Kater. Nein, gib deinen Kater. Kretze. Toll. Okay, der... Oh, wow. Oh, ist mir jetzt ein bisschen... Oh, Gott. Da ist noch was. Kretze. Du schaffst es. Kretze. Was sag ich? Kretze. Krummbein. Krummbein. Oh, Gott. Ähm, 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 ja. Doch, nicht. Oh, Gott. Ähm. Oh, 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 oh. Okay. Nein. Nein. Oh. So. Hey, du bist echt so ein Vollposten des... des Schlechten. Jetzt. Danke. Oh. Okay. Oh, okay. Okay, 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 okay. Das ist ja nicht schwer. Okay. Du, 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 du. Jetzt bringen wir mal den... Du, du, du. Du. Schatten die Stäwigzeit. Du, du, du. Ja, ja, du, 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 du. Hade da. Wollte ich gerade schon sagen. So. Du, 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 du. Noch einmal. Noch einmal. Aua. Ja, klar. Sag mal. Hör auf. Ja, hier da. Und bam. Ein bisschen mehr, bam. Danke. Yo. Stellst noch besser da. Noch übertriebener. So, rein da. Die heulende Hütte. Ich nehm Hermine. Oh Gott, okay. So. Ups. Machst du was? Okay. Machst scheinbar nichts. Ähm. Ich hab was gehört. Bäh. Achso, das warst du. Na, super. Ich weiß nicht, dass dir zu irgendetwas da ist. Ich hab mich auch schon gewundert. Die hätten dir das sicher dann nicht umsonsten gebaut. So. Boah. So. Wehe, du versaustest. Harry, bitte. Weg da. Oh. Nehmen so. Oh. Wo muss ich denn hin? Ganz sicher nicht, ne? Boah. Hi. Wo ist er? Toll. Hier lang. Und hier lang. Muss ich jetzt runter oder muss ich hoch? Hier, lass mir unten lang. Ja, gut, dass wir hier unten lang gegangen sind. Äh. Du, 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 du. Oh. Oh. Sag mal. Geht doch. Ja, ich wollte jetzt sagen, jetzt bitte auch wieder runter. Okay, gehen wir mal. Hier lang. Wuhä! Sehr schön. Und in die heulenden Hütte. Ja. Wuh! Ah! Okay. Nein! Oh. Oh god. I'm sorry. Okay. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich machen muss. Oh god. Er ist irgendwie ein bisschen im Weg. Mause voll, oder was? Okay. Ah! Huh? Hm... Ah! Ah! Huh? Ah! Ah! Hm! Okay. So, ähm... Da war... Krummein. Eben nicht Termine. Was auch immer das bringt. Okay, die sind da. Ich musste halt diese alle Pflanzen hier wegkriegen. Ach, jetzt geht's auf einmal, wa? Ja, ihr seid mal lustig. Ah, ja. Ach. Egal. Irgendwie kommen wir da schon nicht hoch. Oh, nein. Bus weg. Nein, ich machen wieder so etwas. Boah, jetzt sind die da oben. Ich krieg' noch zu viel. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ist hier wieder Schluss. Wir sind es beim nächsten Mal. Bis dahin, eure Ketan.